guten morgen freunde was geht heute ist mit woch mein leg day steht heute an auf full week of rico und ich hoffe die serie mutter hat euch schon gefallen es geht auf jeden fall weiter und ich will auch heute kommen wir heute ein form check auch er wird ja in massmania vienna starten ich glaube menschphysik und bin gespannt wie seine form aussieht habe ich schon lange nicht mehr gesehen letztes mal beim frühstücken nach auf hivo glaube ich ja aber nun habe ich weg weit entfernt wohnen aber ja mann jetzt erst mal die ganzen nachrichten wieder beantworten cardio mario und dann kommt schon um 11 uhr und dann gehen wir auch zum leckday freunde also jetzt viel spaß mit diesem video bis aus ja cardio dann das war ungefähr 45 minuten so lange habe ich gebrauchten dass nach zu beantworten trunks sonstig auch schon hier safe geiles wetter haben wir auch noch das t-shirt an vielleicht trotten es ja nachher hin auf einmal leg day oder jetzt ein anderes einmal gucken jetzt erstmal nahrung kinder pinguin 150 gramm hähnchen und monster energy zero was geht bei dir ja ich hoffe dir geht es gut 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 sehr gut mein rekord war 30 mal so eike ist jetzt in der haus was passiert ist der komplette sind ladetraining das weiß ich doch und ich probiere deine karte geräte aus ja man auch noch mal und bauch ich mache beine weil heute ist full day of week auf riko mittwoch und wir brauchen meine beine deswegen jetzt wird booster geballert auch diesmal mit cola sherry max 30 gramm davon hier ungefähr 3 ml cola hier rein und saufen bis jetzt And now I know this all for sure I won't forget your last betray I'll never forget this day 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 I'm gonna throw my memories away Now I feel I'm done And I'm cursed by every day Till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget your last betray I'll never forget this day 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 So, Kinder Schoko Fresh, weil es fresh ist, vielleicht dieses, das, 5 kg Quark mit 40 Gramm Sommerfrüchte, wie gesagt, alles hier in den Schecke rein, Abfahrt. So, mein Kollege, B-Lot, M-Lot, Benjamin, wurde 30 am Montag oder Sonntag oder so, und ja, Vanessa, kommt aus meinen Videos, hat einen Kuchen gebacken für ihn. Benjamin Blümchenkuchen, aber safe made, kranker Shit. Seht mal, Benjamin lässt ihn hier im Gym liegen, kann ich den auch essen nachher. So, Freunde, jetzt zu Hause, 4 Uhr, ich bin 5.03 Uhr mit Marlina zusammen zum Steuerberater gefahren, feiern noch, paar Sachen klären, wie es das, wie es das so ist, wenn man selbstständig ist. Und jetzt zu Hause, jetzt fahren wir Inliner mit, schlagen Sie. Und ja, mal sehen, was wir essen werden. Schlagen Sie, wo wir hier gehen, wollen wir hier gehen? Ja, schlagen Sie. Oh, ist das süß. Ja. Ja. Wolltest du noch viel drauf haben, ne? Ja? Ja, nicht unbedingt ganz viel, die sind mal ein bisschen chilliger, ja. Bei dir? Das ist gut, dankeschön. Okay. Und Marlina? Perfekt. Dann noch Sweet Onion, bitte. Ja, das auch mal Stopp? Ja. Und auch Sauce-Sauce. Stopp. Und dann noch einmal scharfe Asiago-Soße. Asiago ist Käse und Knoblauch. Achso, ne, die meine ich nicht. Ich meine also Salza? Ja, Salza. Einen schräg so, ja. Zimt und Zucker, wollte ich gerade sagen. Zimt und Zucker. Zimt und Zucker, ja. Dankeschön. Und doppelt Salzafer, bitte. Ja. Bitte, ja. Und mal zu schrägen. Kauen wir auch. Ja. Aber das kennst du ja schon, ne? Magst du das mal da reinlegen? Ich soll es jetzt? Ja, wir haben schon mal so dreckig. Schön das versüfte Sap, schön übergesüften. Nein, das liebe ich. Das will ich sehen. Hand weg da. Natürlich Uncora leitet immer ein Safe am Start. Was war das denn? Cuccin Cream. Raffaello Shake. Und Kinder Spaghetti Eisfilmen. Kinder Rico. Für wen? Kinder Rico. Ja. Freunde. Back from the City. Sie hat einen neuen Handyvertrag. Sie wurde voll verarschbar von Vodafone. Und in der Innenstadt von Vechta ist ein netter Mann. Der hat uns gute Sachen erklärt über ihren Vertrag. Sie bekommt morgen ihr Huawei 20 Pro. Neuer Vertrag. 8 GB über Internet. Und mehr und mehr und mehr. Hahaha. Jetzt sind wir bei Obi? Warum sind wir bei Obi? Ich kaufe mir hier ein neues Drahtseil für meine Warnmaschine. Die ist zerberstet worden. Aber die hat er schon lange gehalten. Und wir packen einfach alle zu viel Gewicht drauf. Jetzt ist er neu geholt. Und mein Gym wird komplett neu aufgeputzt. So sieht's aus. Ne? Ja. Dann cutte mal du Cutter. Wenn du eins kannst, dann kannst du richtig gut cutten. Was? Ja cutten. Cutten? Ja cutten. Ja cutten. Ja kacken weiß ich nicht. Achso. Ne ne? Ich will immer gleich spreche Frauen. Cutten immer nur Blümchen aus. So. Jetzt bei Famila Mamila. Wegen den Chocobongs White. Hahaha. Nehmen wir alle mit, ey. Alle, 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 alle. Nice. Wenn wir noch runter werden, ne? Wenn wir richtig rund werden. Hahaha. So. Katalysengerät für meine neue Kamera. Gesaved. Monster Energy. Gesaved. Jetzt Musik anmachen. Und dann wird erstmal das Haus hier aufgeräumt. Und dann wird erstmal gecheckt. Videos geschnitten. Und so weiter und so fort. Und gegessen natürlich. So. 400 Gramm Hack hat mir meine Freundin Malina gemacht. Aber Light Rinder Hack mit Gemüse, Currysoße und Trunks. Du kriegst nichts ab. Meins. Meins. Hey. Trunks. 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 Eamer. კ 3 3 3 5 5 9 – Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.